Die bretonische Musik hat eine im Vergleich zur übrigen Musik in Frankreich eigenständige Tradition. Die Bretagne liegt im Nordwesten Frankreichs und gehört sprachlich zum inselkeltischen Bereich. Typen Die bretonische Musik lässt sich je nach Verwendungszweck in zwei Typen unterteilen. Diese wird bevorzugt beim Fest-NOZ oder Ballvog von Instrumental- oder Vokalgruppen vorgetragen. Sowohl instrumental als auch Vokalrepertoire wird dabei fast immer nach der Art des Wechselgesangs vorgetragen. Wobei der Partner jeweils kurz vor dem Ende einer musikalischen Phrase in den Vortrag einfällt, dieser Musiktyp ist ganz auf Tanzbarkeit ausgelegt. Anders als in den benachbarten keltischen Ländern ist es die Regel, dass auch tatsächlich getanzt wird. Wobei bei manchen Festivals die Zahl der Tänzer in die Tausende gehen kann. Die bretonischen Tänzer haben zumeist die Form von Ketten-, Reihen- oder Kreistänzen. Die Reigen können eine hohe Anzahl von Tänzern einbinden. Der dominierende Rhythmus ist der Viervierteltakt, der manchmal gerade gespielt wird, häufiger jedoch punktiert bzw. triolisch-swingend auftritt. Der Dreihalbe-Takt ist seltener. Noch seltener sind ungerade Takte, wie sie vor allem bei manche zu beobachten sind. Einige Tänzer alternieren zwischen sechs R und vier R-Takten. Im Vergleich zur irischen Musik fällt auf, dass die Melodien weitaus mehr Sinngruppen aufweisen. Während bei irischen Jigs oder Reels in der Regel auf jeden Schlag ein Ton der Melodie entfällt. Instrumentierung Die klassische Instrumentierung besteht, wenn auch regional unterschiedlich im 19. Jahrhundert vorzufinden. Aus einem Sänger-Duo oder einem Duo mit der bretonischen Schalmei, der Bompade und dem Dudelsack Bini-Ukosch oder einem Duo mit Violine und Akkordeon. Klarinette Der Zusammenklang von Bompade und Bini-Ukosch ist dabei heute anscheinend für die Bretagne besonders charakteristisch. Beide Instrumente sind laut, wobei die Bompade als durchdringend und grell bezeichnet werden kann. Der Klang in dem der Rauschpfeife und der Zurnar ist aber noch schärfer und obertonreicher als bei den beiden Instrumenten. Seit dem Fug-Revival der 1970er Jahre haben jedoch zahlreiche weitere Instrumente Einzug gehalten. So gehören E-Bast, Percussion, Schlagzeug, Gitarre und die irische Holzquerflöte zum Aufgebot bretonischer Musikgruppen. Ebenso ist die Kombination von Vokal- und Instrumentalmusik heute absolut gängig. Hierzu gehören etwa Seefahrergesänge und Klagelieder, die sogenannten Gwetsi-U. Dieser Musiktyp wird traditionell oft von einem unbegleiteten Sänger oder einer Sängerin vorgetragen, der oder die dabei in einer relativ hohen Tonlage singt. Die Gwetsi-U werden dabei meist in einem freien Rhythmus vorgetragen, der sich nach dem Inhalt der Stücks und der Emotion des Sängers, der Sängerin richtet. Gwetsi-U können historische Ereignisse oder Legenden besingen, aber auch aktuelle Ereignisse wie etwa die Ölpest an der bretonischen Küste nach dem Untergang des Frachters Amokokadiz, die in dieser Form besungen wurde. Gwetsi-U werden zumeist in bretonischer Sprache gesungen. Zu den bekanntesten Interpreten dieser Liedform gehören Uar, Eric Marschon, Jan Fenschkeminat, Deniz Brigendt und Annie Ebril. Geschichte Bis zum Zweiten Weltkrieg war die bretonische Musiktradition im Niedergang begriffen. Das erste Anzeichen einer Revitalisierung war das Auftreten der Bagadou in den 1950er Jahren. Ein Bagad ist eine nach dem Vorbild der schottischen Pipes und M-Drums geformte Gruppe. In der neben traditionellen Bombarden und Binukosch auch schottische Great Highland Backpipes. Tiefere Varianten der Bombarde und Schlaginstrumente mitspielen. Die bekanntesten Vertreter dieses Genres sind der Bagadou-Camper aus der Stadt Quimper und der Bagadou-De-Lan-Bioué der französischen Marine aus. Lourie Der große Aufbruch kam allerdings erst in den 1970er Jahren. Alan Steeville war der erste Musiker, der unter dem Einfluss des angelsächsischen Fogrock bretonischer Volksmusik mit T-Gitarre, Schlagzeug und weiteren Rockinstrumenten kombinierte. Seine gefeierten Auftritte im Pariser Olympia gehören wahrscheinlich zu den einflussreichsten Zeugnissen bretonischer Musik im 20. Jahrhundert. Auch da er mit der Betonung der bretonischen Sprache und dem Rückgriff auf keltische Mystik den Nerve der Zeit traf. Neben elektrischen und elektronischen Instrumenten ist auch die Einführung der keltischen Harfe in die bretonische Musik ein Verdienst Steevils. Allerdings scheint diese Innovation weit weniger nachhaltig gewirkt zu haben, denn in heutigen Besetzungen ist die Harfe eher selten zu finden. Ebenso wie Steeville setzten auch Trian aus Nantes früh auf die Fusion von Volksmusik, Fog und Rock, wobei sie fast ausschließlich in französischer Sprache singen und inhaltlich eher politisch als mystisch ausgerichtet sind. Gleichzeitig wurde die Old Ameneth bekannt. Sie singen ausschließlich bretonische Texte. Nach den von Steeville und Trian maßgeblich mitgeprägten wilden Jahren dominierten in den späten 1980er und 90er Jahren Gruppen, die eher dem Genre Fog als Fog-Rock-Sousu rechnen sind. Gruppen wie Quertz, Skoll-Wahn oder Bleizier-U-Z zeigen sich in ihren Interpretationen teilweise stark vom irischen Fog-Revival beeinflusst. Jean-Michel Veillon, Flötis der Gruppe Basa, sie etablierte dabei die irische hölzerne Querflöte in der Bretagne. Ihre Musik verzichtet weitgehend auf verzerrte E-Gitarren und hämmernde Schlagzeugbatterien, jedoch nicht auf Innovation. So haben etwa Bleizier-U-Z und Querzier erstmals Elemente der Musiken Südosteuropas, vor allem aus Bulgarien und Rumänien integriert. Einschließlich der dort üblichen ungeraden Rhythmen. Der Pianist Didier Squiburn hat mit seinen Kombinationen von traditioneller bretonischer Musik, Jazz-Improvisation und klassischem Romantizismus das Instrumentarium der modernen bretonischen Musik um das Klavier bereichert. Insgesamt haben weltmusikalische Einflüsse seit den 90er Jahren in der Bretagne deutlich zugenommen. Der Sänger Eric Marchand veröffentlichte 1991 mit André Breuer ein Album, auf dem er bretonische Querzi-U und Tänze begleitet von indischen Tablas und der arabischen Laute OOD interpretierte. 1993 erntete seine Zusammenarbeit mit der Roma-Kapelle Taraf de Karan Cebesch aus dem rumänischen Banat begeisterte Kritiken. Zwischenzeitlich sind zahlreiche andere Interpreten-ähnliche Kooperationen eingegangen, so dass Fusionen zwischen bretonischen und zentralafrikanischen Musikern oder eine berberisch-bretonische Koproduktion wie die Gruppe Talvik keine besondere Aufregung mehr hervorrufen. Eher ungewöhnlich war es, als 1998 mit L'Occidentale des Fanfares erstmals eine hochkarätige Gemeinschaftsproduktion bretonischer Musiker mit solchen aus einer anderen französischen Region, der Gascon, die Festivalbühnen Europas betrat. Zu den neueren Entwicklungen zählt auch die Fusion traditioneller bretonischer Musik mit Hip-Hop, Rap, Techno oder gar grunge im Nirwana-Stil. Der Sänger und Musiker Pascal Lamour mischt bretonischen Gesang und das Spielen bretonischer Instrumente mit Ambient und Trasse Musik. Insgesamt bleibt die bretonische Musikszene auch im 21. Jahrhundert innovativ und lebendig. Festivals Insgesamt Untertitelung des ZDF, 2020